Ok Jetzt da gibt mir ein paar rombalisten ab 3 ja so ja ich muss zwei schüsse machen komischerweise ich bin mir nicht sicher aber ich glaube du hast den seinen armen genommen dann stellen wir eine ab und dann kannst du eine neue suchen wenn du lust hast die duren sind weg ich habe noch drei schussball gewaltig normalerweise hat man vier schüsse das ist traurig ich hab keinen bock auf mein schiff es war zu weit weg ich wollte das nicht riskieren ja nein passt vielleicht schon passt meinst du ja ja ok einer fehlte ein so ein rosa boy sehr schön das war zucker was soll man noch erwarten von dem typen der so geil aussieht der macht nix ey der macht nix ey diese luche ja malbett steh mal vor mir so jetzt nicht hab nicht schießen ach kann ich kann ja ja ok tschüss hat 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 mich kann sein ja ja ich komme ich komme schießen oder nein nein ja ich verstehe ach so ich habe keine sex kaputt kaputt ja er sagt er hat noch äh ich dachte ich habe voll ab ab machs kaputt junge machs kaputt der hund alter was ist mit dem hund los klettert der auf dem nein der hat den kopf die ganze Zeit die ganze Zeit im boden ey nein der hat ach das ist mit dem hund ich muss das hochladen alter der sieht halt nicht aus wie ein hund mann der sieht aus wie ein kleines schaf nein der hund stand grad nur so und hat den kopf dann 360 grad fünfmal hintereinander gedreht so hat noch sechs stück schon wieder schon wieder im nächsten run nehme ich wieder die rubik zu mit ey der astila die drohnen abknallen während wir uns gut besser ergrenzen oh my god der lustigste run ever der hund der hat und und auch der 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 eh Du musst noch, du musst noch, ich nicht, nein, ich nicht. Ich hab. Oh, sorry. Wo kommt der hin? Im Auffang. Schild steht schon, Jungs. Nice, Digga. Wo ist das auch schon da? Er ist auch schon da oben. Ja, die Doren sind aber noch nicht hier. Ah, das ist zu spät, oder? Boah, das war knapp, Alter. Kommt, haben wir viel weg. Ich hab noch 4 mit 25. Ich hab noch 5 mit 50. Ich hab noch 1 mit 11. 5 mit 70 hast du noch? Ja. Der schießt verballert. Der schießt verballert. Toni schießt durch das obere Schild, Jungs. Gib seinem Arm. Die Ehre. Nimm sie weg. Tonis kacke. Man kann doch bestimmt irgendwie Plus-Magazin-Kapazität machen, oder? So was? Der Sniper. Äh, ja. Man muss ja nicht immer reloaden, während ich die Doren hole. Gibt ein Dings-Mod. Ähm. Pizze-Mod mit Plus. Stimmt, mit Plus. Ähm. Stimmt, mit Plus. Ja. Ich bin froh, dass mir das nicht passiert, ey. Ja, ich steh halt unter ihm und wenn er kickt, dann flieh ich halt ins Wasser. Also, manchmal. Die müssen dann stücken weg. Ja, es bindert ist, wenn ich ins Wasser falle, ist der ganze Buff weg. Hier kommt Tom. Müsste voll sein. Ja, ja. Schild ist da. Äh, rosa ist irgendwie durchsichtig. Ja, ich seh's. Alles gut. Äh, das ist nicht so durchsichtig wie schwarz. Da muss man schwarz ist. Ja, auf, ey. Das ist ein kleiner weißer Rahmen ist das. Also, das kannst du gar nicht sehen. Wo sind, hä, wo sind die Lunen Jungs? Weiß auch nicht. Na, Mann. Wo willst du denn denn, Super? Wie lange haben wir gebraucht? Ach, Waffe wechseln. Ich bin mir nicht sicher. 9 Minuten? Warte. Guardian? Nein! Tony, machst deinen K-Drive da hinweg? Ja. Ich muss gleich losflitzen. Ich hab mir wieder überragende Lade aufzeichen. Ich hab mir wieder überragende Lade aufzeichen. Abbreche. Okay. Wir sind schon da. Westwind unter ihm. Ich hab' aus sechs Spots zwei Leonins. Ich hab' aus sechs Spots zwei Leonins. Wie gesagt, lass mir zwei oder... Ja, lass mir ein oder zwei hier. Dann... Ja, Tony, für dich, falls du von hinten schießt und willst. Ich bin ein Volt, der jedem seiner Bedürfnisse hier Dings wird. Wie. Und das schon wirklich perfekt unterm Fuß schießt. Wie unterm Fuß. So? Ja, ungefähr. Nach oben schauen halt. Willst du mich jetzt verarscheln? So? Okay. Ne, wenn du jetzt abgeholt... Ja, ich weiß, ich weiß. So. Oh, ich glaube, ich muss das Ding nachdenken abholfen. Nee, passt. Passt. Welcher Hurensohn ballert denn hier? Junge, Junge, Junge. Okay. Diesmal bin ich derjenige, der das erstes Hurensohn sagt. Was macht das eigentlich immer, Alter? Ja. Das kommt nicht gut in den Videos. Super wird doch gestört, deswegen. Wir brauchen mehr Bombies. Aber wenn? Du hast jetzt hier keine Drohne stehen lassen, ne? Naja, ich hab alle. Ja. 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 Die rosa Gang, das sieht so geil aus, Alter. Die rosa Gang, das sieht so geil aus, Alter. Die rosa Gang, das sieht so geil aus, Alter. Ja. Witzig, Junge. Schilder stehen schon, Jungs. Wald, oder? Ausgang. Ausgang. Junge, besser als Domi, Junge. Domi kann einfach... ... Wenn ich Trinity spiele, besser als Super. Du bist einfach... ...der Beste, ne? Ich kann einfach alles, ne? Allrounder, nicht sowas. Ich find Wächter aber trotzdem besser als Chroma. Hä? Was? Achso. Ja, ich bin scheiß als Trinity. Ne, ich mein besser als Dairo. Als Chroma-Spieler? Ja. Das ist halt Übungssache, ne? Ja, ja. Und wo ich das letzte Mal mit euch gespielt hab, wie lange hab ich da kein Chroma mehr geschmückt bisher? Chroma ist halt Aim, da musst du nicht warm schießen, also muss schon warm werden. ... ... ... ... Wo du keine Stacks hast, hast du dir gedacht, jetzt sterb ich einfach mal? Ja. Der wäre der Stütter. Ab. Guck mal. Letztes Teil. Letztes Teil, oder? Ja. ich sage euch das nicht mit dem ziehen machen wir genau so lange ist es bei einem dann wieder weg ja das ist mir heute mal wieder passiert aber mit einer random gruppe dann haben es drei leute der vierte hat das kann die auch reinstecken aber dann sagt er also sagen alle 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 sind drin aber derjenige der also wie soll ich das erklären irgendjemand kann von irgendjemandem die 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 scherbe wieder rausnehmen oder blockiert habe ich meinen zweisch abschlafen ja genau laser hier am schrein ja weil ich hier stehe dieses war nicht hier das mich als erstes wieder machen klar und da drüben aber andere so andere dinge seit okay kann es sein dass sie auch das war mit mir gerade nicht sicher es kann es kann gut möglich sein dass sie dann werden möglich spawnen aber eigentlich verschwinden die nach einer zeit komisch ich habe gerade eine als ich dort schild platziert habe habe ich gerade einen eingesammelt das kann kann vielleicht gut möglich sein ja steht hier eine dritte da oder kostet wieder platten junge ja dann lass ihn warten oder kannst ja wohl währenddessen die vier drücken also ich kann mich halt nicht sehen weil ich die phasis nicht ich habe noch einmal 15 ist das letzte teil ja weil du so gut aussiehst so eins fuhren übrigens 19 minuten sind rum das wird was ich rieche es ich rieche es ich rieche es ich rieche es es gab noch keine energy Nach einem Run nimmst noch keinen Endersatz dabei. Boah, die Kondo-Zunge. Boah, Double Kill. Loot. Loot. Man, etwas langsam, ne? Nein, 45. Ja, irgendwie. Aber warum? Weil ich meine Rache gewechselt habe, leider. Nee, ich war ja direkt wieder drin. Okay. Tony links, wie er dann links. Ja, ja. Ich bin da. 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 Alles gut. Hast du ihm sein Bein genommen? Ich? Ja. Also, ich habe drauf geschossen, ich weiß nicht. Ja, ich habe links auch drauf geschossen. Ja, okay. Dann waren wir beide das. Ich hatte mich nämlich schon gewundert, weil mein Buff gar nicht oben war. Nee, nee. Ich habe mit Schuss aufgemacht. Achso. Weil ich wusste, dass dein Buff nicht oben ist. Ja. Das ist einer, der mitdenkt, Junge. Solche Leute brauchen wir. Ja. 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 Was muss ich wieder als erstes? Jo. Da werdet ihr keine Schuld haben. So habt ihr. Find euch. Da wollte ich gerade hinfliegen, alter. Warum bin ich erst mal ins Wasser gefallen? Weil Arken sich deaktiviert hat. Ab. Gucken wir, wie hier die Bombalisten ankommt. Ja, ne? Geil. Schnell, Leute. Ja, puddel mal aus, ihr Hündchen. Das ist jetzt die Frage, soll ich nicht auf die linke Seite schmeißen? Ich probier's mal aus. Auch nicht wirklich besser. Geht aber. Ab eins. Die verschwinden im Berg, ne? Die Teile, alter. Was fürn Bullshit. Und mein Frame stand einfach noch in Uganda. Oder wieder in Uganda. Laser. Du kannst sobald er sein Kopf anziehen und nach oben drücken, da brüllt er noch nicht mehr. Deswegen reiche ich dir mal vollkommen aus. Hast du auch deine Energiefarbe geändert? Super. Sieht nämlich nicht so aus. Doch. Also nein, sie ist weiß. Aha. Deswegen klingt mir gerade kein Ende. Ja, so sieht es nämlich aus. Schon verschissen. Danke, super. Kein Ding, Juni. Schild? Schild? Es gibt kein Schild. Okay. Braucht keinen Schild. Mh. Deine Charged lieber fünf Sekunden länger. Aber ich habe vergessen. Naja. Placed Schilder. Schon am Rand. Des Sees. Wahrscheinlich. Ah. Okay. Call sogar, Alter. Die waren immer noch am Stein. Schieb schnell rein. Die Schilder stehen schon bei mir, ne? Alter, diese verfixten Luchen, Alter. So, hab drin. Hab auch drin. Wow. Ausgang. Woran erkennt ihr das, dass das Ausgang ist, Mann? Spawnpunkt. Was sehe ich? Ich gucke mal ins Wasser und sehe seinen Schulternnibbel, Alter. Ne, ne. Ich sehe es an seinem Spawnpunkt jetzt mal. Der Spawnpunkt ändert sich immer. Wenn er auf unsere Seite kommt, dann spawnt der ein bisschen mehr mittig, so im Wasser. Ah. 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 Ah, das war jetzt nicht wirklich, oder? Nee. Ah. Uuh, daneben geschossen! Ah, super! Was passiert? Ich komme immer so ein bisschen aus dem Rhythmus, wenn der ein bisschen ins Wasser stoßt. Letztes Teil. Schoen nah dran, Junge. Stell dich, nehm mich super und schieß da mal mit deiner Waffe da. Ja, ich hab die ja gar nicht mehr drin. Toll. Warum? Weil nur ein Sammeln ohne Scoop cancels. Ja, jetzt hat Wächter vielleicht Langkehr dabei, weil er dachte, du machst Damage. Ich hab gesagt, beim Fünften, Alter, soll ich wieder rein. Oh, Junge, du Hurenlohn. Ich denke, dass er immer genau einen Schuss abgeben kann. Hey, ihr seht so schwul aus, Junge. Ja, du siehst noch schwuler aus. Das ist ne Lüge. Seht ihr nicht diese weißen Akzenten? Und schwarzen Akzenten? Ja, ich hab einmal weiße Energie, Junge. Das bei Trinity, äh. Rage, Ultimatum, ui. Victory. Ob es wird bald wieder eine Verlosung geben? Warum? Ich glaub, ich hab wieder ein paar volle. By the way, ich bin über 200 Catchers, ne? By the way, ich nicht. Das wolltest du mal erwähnen, Toni. Huch, Alter, da ganz hinten. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Ja? Ja. Rechte Knie. Ja. Perfekt. Ja, hab ich schon. Ich hab's gesehen. Ich hätte noch eins vielleicht aufs Schlüssel zu sein. T barber, da war. Ja. Ja,ст gähl ich auch bei 있으enden Kniembros auf. Und das ist ein alles mal sein. Hephite Both. Das hegent in das Haus. Fertig, die Bedrohung quead Prozent tossed raus. phere. das stimmt für toni noch mal dass seine wünsche in erfüllung gehen schild hinter ihm keine ahnung wo soll man denn schießt denn hier bitteschön aber wenn du jetzt gut bist ne machst du hier drei schilder so wie du es gemacht hast und fliegst jetzt schon mal los und platzierst die anderen schilder am see ich bin so gut ich flieg jetzt schon los ja ja ich bin ein krasser holz oh die schilder stehen schon oh man alter nee ist halt nichts schweres dran so du machst halt die schilde jetzt schon dort hin weißt du ja das ist auch perfekter flug ausgang ich kann das nie unterscheiden wenn ich am altar stehe ob der jetzt bei dem spawn hier kann ich nicht unterscheiden von wo er kommt nee pass mal auf weiter rechts ist der ausgang weiter links ja weiß ich weiß das aber ich sehe das ich kann das nicht entsch... ich ich check das irgendwie nicht bei mir spawnt der irgendwie immer in der mitte nee das stimmt schon dass der weiter rechts kommt auf jeden fall ja siehst du auch nicht ich finde das schwierig also hier vorne der spawn ja ich weiß es schon also das sieht man bei mir schon 41.000 aufs knie Jumel mhm deswegen weiß ich auch ganz genau wo die schilder hingehören die stehen perfekt der ja 200 rand sollte man es wissen unser nrg 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 Ja genau, bitte mehr davon Fuck you, Elf Hä? Was? Ja, seit wann pottet er sich auch hier weg? Alles klar, Leute, so ist er Da unten Der liegt am Boden, hä? Ja, wir waren ja fertig Achso, ja, stimmt Wir waren ja fertig, Leute Ja, ihr zieht ihn sofort weg Keine Ahnung Wir haben halt nicht Glück nur Ja, stimmt Ich seh's Fuck you, du du und so, ne? Da kommen welche von hinten Hä? Hier kommen ganz viele gerade Wo ist er jetzt schon wieder hin? Dann bist du weg? Was? Kann ich da drauf schießen? Tschüss, verpiss dich The fuck Ich glaub das schaffst du nicht, oder? Ja, das ist hier Junge Junge Fuck Wie kann man da drauf schießen? Was macht er denn jetzt schon wieder? Wann hast du drin? Kann man da drauf schießen, Junge Haha, jetzt steht er auch hinten Chill Oh, hier nicht, Junge Uh Den Spot hab ich ja voll vergessen, Junge Da hat er dich überrascht, Junge Da hatte man, äh, auch Play gemacht, hier, ne? Luren, kommen sie raus Luren, bitte? Aha Aber was war das denn, Alter? Keine Ahnung Ne Mega crazy, Alter Der Typ Das hat er halt noch nie gemacht, ne? Ne Er liegt am Boden Schon 5 Sekunden vorbei Dann fort er sich weg Dann liegt er da Nur mal 20 Sekunden Dann sport er neu, Alter Dannخu Hab Hab Hal Alter, 200 Runs Und das macht ihr das 1. Mal Krass, Alter In dieser Zeit Warum macht ihr das überhaupt? doesiest third weil er ein Whisky wird jetzt Ist doch offensichtlich Filling in State Warfare, Jungs Oh, die Drohnen, kacke Einen Teil noch Ein Knie hat er noch Ein Knie noch? Oh man Ja, ist immer noch gut Dafür, dass er hier so rumbuckt und Ich dachte, das wäre das letzte Teil, man Ja Ich werde rumgekickt Gefällt mir Ich hasse diese Phase hier Äh, wie weit ich ihn mal weggekriege? Bader, das kann ich Ich muss einfach mal sagen, weil ich nicht die Energiefarbe habe Ja, ich denke auch Ja, super Nur in der falschen Energiefarbe, deswegen Ja, entweder ich mach meine Trinity Pink und Energie Weiß oder ich mach die Trinity Weiß und Energie Pink So sieht's aus, Freunde Kann er mal mit den random Procs aufbauen, ey Der schießt sogar hier hin zum Ausgang, ne? Ich bin schon Ausgang gegangen Übertreibt einfach direkt Hey, Wompies Womp-Drog-Foy Hi Jungs, ich charge mal, ne? Für den nächsten Run Hehehe Metal, Leute Metal, Leute Doch, mal neun Minuten, again 9,46 Wir haben noch 9 Minuten weg So viel Zeit haben wir auch noch, könnte es sein Hm? Wenn wir da so schnell sind, haben wir das Ja, guck mal, er hat sich zweimal weggepackt Ja, wenn er sich nicht wegbuckt, dann geht's Ja, wir haben eine Minute irgendwas später gestartet als Klopp und Eidolon sagt Also haben wir noch, neun Minuten irgendwas Ist das jetzt der fünfte oder was? Ja Oh, oh, oh Hey lol Fette Junge Warum wird doch verwundbar, Alter? Er braucht halbe Stunde Bin da Ich bin noch gesprungen, man Wisps sind unter ihm, ne? Bedient euch Na ja Sees Siehst du Das war eine wichtige Zeit Jetzt nehmen wir die Wusps von vorhin, Kirk, warte Pro-Tipp, Alter Nimm die Wusps, die vorher gespawnt sind, damit der Kroman nicht nochmal spawnen muss Ne, es werden sowieso, Alter Das ist doch Ne, ne Darauf verlasse ich mich nicht Siehst du? Pro-Team Shield war schneller unten als alles andere Das war immer ne Zeit, Alter Bist schon da? Wow 1 Minute für 10 1 Minute für 10, Junge Uuuuuh Nice He sweated here I advise falling back Alter, in den Gebüschen fighten wir Wir stehen in den Gebüschen, damit man uns nicht sieht, Alter Was macht, was macht der Hund, Alter? Der wird vergewandelt Okay, der kostet Den Kopf hoch und runter, Alter exile Wo hurt Kommen doch Der wieder da finden manchmal Eidolonoutplayer, Junge Steck wieder in sein Key Key Kannst du ja die Schilder schon mal placen. Mach ich das dann. Ja. Ach du, Felscher bin ich nicht mehr so nachständig, denke ich. Das brauchen wir. Oh ja. Okay. An allen Spots ist Dings. Nur den einen Spot weiß ich nicht genau, wo es sein soll. Aber, wenn jetzt der mich wieder outplayt, dann fick ich ihn. Der kann mich gar nicht outplayen. So krass war das jetzt. Hier hast du deinen Mittelfinger, Junge. Ausgang. Fuck, get fucked. Wo bin ich denn, Alter? Ich laufe ja auf dem Busch. Oh ja, ich auch. Ja. Etzela. Etzela. Ufffling, du bist in einem Video. Willst du dabei sein? Willst du jemanden grüßen? Willst du deine Mami grüßen? Hallo, ich grüße meine Familie, meine Mutti, mein Papi, meine Romi. Moment mal, ist mit Familie nicht alles... Und ganz besonders mein Liebhaber, Dario. Ja, wir haben sehr intime Nächte zusammen. Das freut mich sehr schön. Etzela. Jungs, der ist sogar noch schneller als der vorherige. Der hat gefällig 3,430 zu ihm. Nein! Du Hurensohn. Hurensohn. Ufff, der hat gereicht, Junge. Laser, ja klar, Lancer, aber planan. Ja, für den Eisen! Schau mal dabei! Der ist immer gut dabei, Junge. pieceme. Wieso killt der mich die ganze Zeit noch hin? die ursagt und sie lügt wir haben noch genug zeit oder wir sind mega schnell und richtig gut dabei ja der erste run alter hat wieder einiges an zeit gefressen da sind wir noch nicht schnell nehmen also die scheiß bomba listen hat mich so geschafft aber das geht ja trotzdem zeit zeit ist ja wald doch nicht jetzt hast du mich gebetet ich muss was sagen alter wie wald zieh mich nach wald aus weißt du ich wollte gerade sagen zumindest ist eine luche nicht die anderen beiden die gönnen sich wollte nochmal rankommen ich glaube du hast sie abgestellt doch das passiert manchmal wenn du deine Dings reinsteckst hab ich nicht geh doch hin und guck ok ich guck ich denke da steht was anderes hier sind hier sind zwei lol spieler drin wir mobben nicht gab nichts alter alle zwei sind schon da hier wenn die dritte jetzt auch noch kommt dann ich küsse die reiche die luke steht da einfach immer noch renn mal weg jaja mach ich jetzt ist sie hier bei mir gespott das nein nicht ins wasser du arschle letztes teil oder ja eins nice schulter ok ok ich ich dachte grad sagt gerade sun goes near ich hätte nichts ich habe keine ahnung das schafft ihr 6x3 ja locker nein 6x3 nicht alter da ist auch knapp noch nicht wir arbeiten drauf hin 5x3 ist immer drin wenn wir keine anfänger mitnehmen wenn wir keine anfänger mitnehmen na wohl hero geht sogar muss nur voidstrike haben und bisschen kompetent sein ach so ja wenn wir tony mitziehen dann klappt das auch noch das geht gerade noch so ja nice sauber 5x3 amena erstmal noch umkippen zum schluss ja easy gar kein problem ich will die mod haben die da liegt haha ok schön dass der loot hier ist ne Jungs was hast du erwartet wenn die drohnen nicht porten wollen haha die frage ist warum haben sie nicht geportet aber ja ich stand hier schon seit 5 Minuten boah also gott sei dank was der letzte mhm so wieder schön eine mitte fokus gemacht so hey meine piu piu 5x3 jetzt max quatsch spielte auch noch mit nicht gemaksten sachen alter agilität wer zu tief